Was ist die Anästhesie-Technik für die Anästhesie-Technik? Das Anästhesie-Team hier im AK Barmbeck zeigt vor allen Dingen aus, der familiäre Umgang miteinander. Wir sind freundlich, wir lachen miteinander, jeder steht für jeden ein. Eines der wichtigsten Merkmale und wo ich auch besonders einen großen Wert drauf lege. Bei uns in der Anästhesie-Pflege haben wir den Regeldienst, welcher dann auch aufgestaffelt ist mit verschiedenen Spätdienstmodellen. Dann haben wir pro Tag einen Rufdienst, zwei Bereitschaftsdienste sowie am Wochenende jeweils auch zwei Bereitschaftsdienste und einen Rufdienst. Wenn ihr freundlich, herzlich und interessiert seid, dann seid ihr bei uns im Team goldrichtig. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann bewerben Sie sich gerne online oder schriftlich bei Frau Möbius. Dort wird es dann zu einem Vorstellungsgespräch kommen, in dem ein Hospitationstag vereinbart wird. In diesem Hospitationstag lernen Sie ganz einfach mal den Alltag bei uns hier im AK Barmbeck in der Anästhesie kennen. Und im Anschluss setzen wir uns gerne nochmal zusammen und besprechen die gewonnenen Eindrücke.